Herzlich Willkommen bei mir in der Autorküche. Ein Rezept, das ich unlängst auf Netflix entdeckt habe bei einer mexikanischen Sendung. Torritos in ihrer schönsten Form. Mit Tomatensauce, Cheddar, Sour Cream, Koriander, Steak und Chorizo. Mein Name ist Lam Heinzle. Ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Dazu brauchen wir Torritos, ein guter Steak, Tomaten, Chorizo, Zwiebel, Cheddar, Avocado, Tomatensauce, eine gute scharfe Chilisauce, Sour Cream, Koriander. Als allererstes das Steak bei indirekter Hitze hochziehen, den auch auf der Kerntemperatur. Ich habe hier schon eine Gusspfanne hier oben mit etwas Olivenöl, dass die schon heiß wird. Dann nehmen wir uns jetzt alle erst die Chorizo. Das reicht. Machen wir jetzt hier eine Streife. Dann wird ein Längsstreifen und dann wird das Ganze gewürfelt. Und die Chorizo kommt man halt da direkt in diese kleine Gusspfanne mit Öl rein, dass man schön das Fett ausbraten. Blubbert schon. Oh, Tomaten, Viertel, Kerngehäuse raus, längs und quer. Das Ganze nach Schüssel. Um den Kern herumschneiden, mit einem scharfen Messer, wegdrehen, Kern raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und alle Würfel. So, zu der Tomatensauce. Da haben wir jetzt eine ganz normale Tomatensauce. Basierte Tomaten. Das hat natürlich zu wenig Pumse für ein Mexikanisches Gericht. Darum nehme ich da eine richtig gute Chilisauce. Und zwar ein Habanero, ein pure Habanero. Chili. Und tröpfle da einmal was rein in die Tomatensauce. Und je mehr Chilisauce, umso schärfer wird die Geschichte natürlich. Und die hat schon Pumse. Deckel drauf. Und gut durchmischen. Okay. So. Am Bräten. Toritos. Eben aufmachen. Verteilen. So. Zu wenig. Nochmal Toritos. Okay. Cheddar. Nochmal Cheddar. Nochmal Cheddar. Ok. Cheddar ist fertig. Holen wir raus. Die ist bereit für... ...für die weitere Verwendung. So, jetzt holen wir mal den Steig von der indirekten Zahne. Dazu brauche ich Handschuhe. Okay. Sauermachen. Und brennen. Okay. So. Dann müssen wir kurz nachziehen. So, nachziehen stellen wir uns kurz, da liegt das jetzt so, dass der Käse leicht anschmelzt. Da muss fit glück. Okay. So, jetzt steig. 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 Tomate. Focado. Zwiebel. Etwas Tomatensauce mit Habanero. Sourcreme. Sourcreme. Etwas rocher Fleisch. Salz. Nochmal Tomatensauce. Salz. Zwiebel. Lachen. F니까. Fishe, Koriander. Te端. Ein Einmal. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020